ja und herzlich willkommen wieder zurück bei minecraft live in der stelle wo jetzt mit euren ostwindlp und euren victor of games wir begrüßen euch ganz herzlich der Sven hat in der letzten folge einfach mal so ganz schnell hier abmoderiert ich war da noch voll hier im baun drinnen alter Schwede da kann mich doch hier nicht so konfus machen ey ihr findet mich auch unter ossi lp was? was? ja du hast ostwind gesagt hab ich ostwind? oh ja diese erinnerung immer es ist schlimm bei dir ist die schoko vorstürst wirst du die und sowas oh ja schutzteufels wild ich hab grad echt echte probleme mir hier alles grad zu merken was ich mach ich bin gerade ein bissel es kommt davon wer über 30 ist pfuh alter Schwede früher hast du das easygoing gemacht ne? früher früher oh neuer abonnent das ist aber schön toll dass ich da benachrichtigt werde ja schlimm wenn nicht herzlich willkommen in der osti community das 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 hammer hier setze ich nach einfach noch ein ding so ein bisschen auch trotzdem noch mal holz sinnlos das ist doch schön immer fehlt eisen immer fehlt holz bist du nur am schrubben du bist nur am schrubben da hier ja bist du definitiv okay letztes mal jetzt hier noch mal hinten wo sie holz holen da wo ich grad herkomme wüsste ich woher du kommst? aus dem wald ja aus dem wald? ja du gehst grad dahin wo ich herkomme ich seh dich du gehst auch schon die ganze zeit ich hol da auch die ganze zeit holz auch mal wir pflanzen danach na wir bestimmt nicht so jetzt muss ich noch mal überlegen scheiße ich muss noch schnell im boom im boom rauch schon ach den komm auch noch mit dem kommt scheiß drauf warte mal stehen stehen hier so stehen na freilich jetzt haben wir das eisen noch oben liegen in der kiste ach leck mich doch noch mal neuf gehen auf jünger ich muss auch noch mal holen das war schon wieder alle bei mir furchtbar furchtbar es war bei der hand beim honey beim honey in der kiste wieso hab ich denn jetzt so johl was ist bei mir in der kiste? 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 ich hab dir da vorn die 60 eisen oder 62 eisen in die kiste gelegt ach so? nein wirst du mal wie ich dir zuhör na ganz toll ist das doch nicht so redstone so hier gabbro ich mein inventar ist so voll alter und das wird nicht weniger ja so ist das bei uns so jetzt hab ich zwei so ne kolben jetzt muss ich noch mal nachgucken zwei kolben ach sechs eisen na die haben doch einen an der kiste ich hol mir noch mal sechs eisen 1,2,3,4,5,6 wofür? na für den brecher? für die presse? ich breche mir auch gleich weiss najaa ok ne das ist doch jetzt verkehrt was ich mach doch alter ich bin zu durch man muss echt sagen es ist schon nach zwölf und wir nehmen nach um zwölf auf ja ja nach um zwölf ist schon arsch durch einfach nur durch mach ich denn das jetzt? doch links und rechts eisen oben und unten alles klar muss ich jetzt noch fertig machen? ich bin jetzt egal ja Lattie wie Hose nein ich bin jetzt wieder fertig machen das geht ach so es ist ja dunkel na ich muss trotzdem ja ich muss mal schnell an bienenstock muss den leer räumen der freiliches schiff sondern ok nach zwölfen ich hab wir haben eine neue bienkönigin die muss ich mal kurz unten einsetzen ich brauche alkohol kann ja nicht mal klar neue bienkönigin ist drin auch wenn ich mal keller bier klein das zeug kommt auf ins bette haus ich warte immer nein mit dem zeug ohne naja es hört auf ich wollte schon sagen da draußen schon wieder los so pass auf jetzt haben wir hier boah was der Asse darf ich mal nehmen wasser wo ist denn viel drin ähm du es geht nachher gleich los ich mach da ein Honig-Sandwich ähm total sind los jetzt steht es unten rechts schon wieder nicht da bei mir packt das irgendwie rum das ist sehr komisch das reingucken kann ich oder ja nee konnte ich auch nicht hä bist du jetzt meine Akte hä rechtsklick ist reinlegen und linksklick ist rausnehmen glaube ach so ach so ingmo noch mal irgendwo brauchst du eh kein ingmo gerade oder na eben immer drinnen lassen dass wir immer in ja ja dass wir wissen wo was reinkommt ja hä sag mal alter du stehst du drei kilometer weit weg hm 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 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6 6 so scheinbar doch der rucksack war ja leer jetzt wollte ich dann auch weizen drinne gucken also ich bin gerade hier so komplett confused ich bin total raus ich bin gerade wieso ich wollte ist gerade was bauen das war mal total durch die künften muss jetzt bett wo es echt ist wird jetzt hängig schon wieder daran überlegt was ich gerade machen wollte das auch mal wie gingen wie kann ich ein brot machen das waren dreimal weizen dabei jetzt noch mal überhaupt noch gar nicht das weiß ich nicht wir haben morgen wir haben allen möglichen scheiß auch kein weizen der ingwohr ist falsch warum ist denn der ingwohr jetzt hier drüben so zack aber bestimmt ich man muss ja brot machen und das brot muss man nachher auf dem schneidebrett dann hat man so sandwich scheiben da kannst du dann honig dazwischen packen oder thunfisch oder irgend so was so wachs haben wir auf jeden fall genug die biene ist unten drinne nicht wundern ich lege mal eine larve in die truhe links neben das schneidebrett nicht das überlegst was das ist da habe ich honig und wachs rein das habe ich alles schon getrennt jetzt erst mal melone nachstopfen so voll machen haben wir jetzt also ich glaube hungern werden wir nicht mehr die regale muss ich noch weiter bauen ich habe gerade nur matsch im kopf das kann ich nicht mit dem honig machen kann ich da jetzt aber kann man da jetzt trotzdem jetzt kann man ausprobieren ob das geht schade das ist ja nicht schlimm sein so schön was ging es bummt wir haben kein ich kümmere miche zum weizen wir haben ja echt kein weizen alles andere haben wir haben wir haben hast du nicht gesehen wir haben kein weizen also lustig das sieht doch schon mal schick aus mutter schick aus da kommt die ganze ich finde auch kein weizen das ist ein bisschen was verlassen ach das ist creeper verpiss dich junge überraschung geht auch wie immer bei mir am deck Okay, no, I know. Ja, wir haben auch noch eine Neuung. Auf jeden Fall machen wir jetzt auch mal was anderes. Ich finde immer nur Rockenhafer. Einfach ganz normales Weizen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich komme auch keine Samen raus oder so. Ich glaube, ich muss da hin. Das ist jetzt sehr kurios. Ich bin jetzt auch gerade wieder. Das ist Grundnahrungsmittel in Minecraft. Das gibt es einfach nicht. Oh, wenn du es suchst in der Leiste oder was? Ich gucke mal. Such es mal in der Leiste vielleicht. Weizen? Es gibt es. Wir tun jetzt mal so, als ob ich Weizensamen gefunden habe. So, und die Pflanze ich jetzt mal ein. Müssen wir halt was draus machen jetzt. Es gibt es doch nicht. Die sind immer hier, wenn du Gras weggehauen hast oder so, sind die immer rausgekommen. Ah ja, stimmt. Ja, aber die kamen jetzt nicht. Ich haue es jetzt hier hin. Okay. Ja. Ja, wir brauchen das. Wir wollen ja Sandwich machen, Alter. Wachs, du Sau. Alter, die Küche sieht von außen so bocken hässlich aus. Aber Alter, naja, was willst du machen, ne? So. Eichenholz bräuchten wir eigentlich noch. Ich wollte noch so ein paar Kästen bauen. So. Hatte ich dafür jetzt eigentlich noch Zeug? Da überhaupt noch solche Bretter? Truhen müssen wir machen. Alter, wie jeder aneinander vorbei. Blauer. Danke. Ich finde es gerade total bombe. Ja, ich bin voll hier im Element. Ich musste auch was. Könnte hier komplett skotzen. Ja, man konzentriert sich volle Hütte. Oh. Oh. Oh, die kann ich jetzt mal mitnehmen. Und die Truhen gebaut haben. Und hier oben wird auch einer, oder? Ne, hier oben ist noch ein Ofen, oder? Ach, Alter, du machst mich total kochen. Ist doch schon wieder dunkel. Ich geh ins Nest. Na warte, ich muss schnell die Dinger noch hinstellen hier. Ach, ins Nest. Scheiß drauf. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Wir haben vorne eh überzogen. Ich hab schon auf den Bildschirm gerotzt, weil ich so hässlich gelacht habe. Meine lieben Zuschauer, der kutzt sich aus. In der Zeit mache ich mal schnell die Abmodi. Wir bedanken uns für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen da. Momentan erzählen wir nicht so viel, weil wir komplett in Gedanken sind hier. Wir kommen immer tiefer in die Materie rein. Und ja. Da oben hoch. Und lasst ein Däumchen da. Bis dahin. Ciao. Ciao.